Das ist das Wiesn-Stadel-Madl 2011. Ich bin die Sarah Kurzinger, bin 21 Jahre und komme aus Pera. In meiner Freizeit bin ich gern draußen, jetzt im Sommer vor allem am Badesee, schwimme gern, gehe gern joggen. Was machst du beruflich? Ich bin Bankkauffrau. Warum wolltest du Wiesn-Stadel-Madl werden? Weil ich einfach die Maiwiesn super finde, das ist eine von den größten Volksfesten bei uns im Umkreis. Ich arbeite eigentlich gern mit Leid, also bin gern mit Leid zusammen. Ob was freust du dich jetzt in deiner Zeit als Wiesn-Stadel-Madl? Dass ich so viel Geld auf der Maiwiesn zeigen kann.